Heute diese kommen bei mir Fragen. Schatzi, welche Farbe dir am besten gefallen? Ich habe gesagt, alle Farben sind schön. Warum so dumme Fragen stellen? Mir gefallen alle Farben. Ja, aber was ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe gesagt, unterschiedlich. Zum Beispiel bei Auto ist schwarz, bei Fahrrad grau, bei Haus weiß, bei Fahne schwarz, rot, gelb. Immer unterschiedlich. Warum? Ja, ich meine, meine Haare Farbe machen. Und ich mache diese Farbe, was dir gefallen. Welche Farbe dir am besten gefallen? Ich habe gesagt, das ist mir egal. Egal, welche Farbe Frauen haben, die alle gleiche Qualität. Nein, Schatzi, stimmt nicht. Ich mache diese Farbe, was dir gefallen. Ich habe gesagt, Schatzi, du kannst machen, was du willst. Aber Qualität gleich bleiben. Ja, wie das? Ich habe gesagt, das ist wie, wenn man ein altes Auto lackiert. Was bringt es? Lauft das Auto schneller oder besser oder was? Immer noch Motor und Getriebe, alt und kaputt. Und immer was Tropfen. Habe ich gesagt. Ah, und dieser gleich beleidigt bei mir.